Stanley G. Weinbaum. Das Ideal. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Dies, sagte der Franziskaner, ist mein Automaton, der zur rechten Zeit sprechen, alle meine Fragen beantworten und mir alles geheime Wissen offenbaren wird. Er lächelte, als er seine Hand liebevoll auf den eisernen Schädel legte, der den Sockel krönte. Der Bursche starrte mit offenem Mund zuerst auf den Kopf und dann auf den Bruder. Aber er ist aus Eisen, flüsterte er. Der Kopf ist aus Eisen, guter Vater. Außen Eisen, innen Geschick, mein Sohn, sagte Roger Bacon. Er wird sprechen, zur rechten Zeit und auf seine Weise, denn so habe ich ihn gemacht. Ein kluger Mann kann die Künste des Teufels zu Gottes Zwecken verdrehen und so den Unhold überlisten. Pssst! Da klingt die Vesper. Plena gratia. Ave Virgo. Aber er sprach nicht. Viele Stunden, viele Wochen beobachtete der Doktor Mirabilis seine Schöpfung, aber die eisernen Lippen schwiegen und die eisernen Augen waren stumpf und keine Stimme außer der des großen Mannes erklang in seiner mönchischen Zelle. Noch gab es jemals eine Antwort auf alle Fragen, die er stellte. Bis eines Tages, als er über seinem Werk saß und einen Brief an Duns Scotus im fernen Köln verfasste, an jenem Tag. Es wird Zeit, sagte das Bild und lächelte gütig. Der Mönch blickte auf. Es wird Zeit, in der Tat, antwortete er. Es wird Zeit, dass du sprichst, und zwar zu einer Behauptung, die weniger offensichtlich ist als die, dass es Zeit wird. Denn natürlich ist es an der Zeit, sonst gäbe es ja nichts ohne Zeit. Es war Zeit, grummelte das Bild, immer noch lächelnd, aber mit strengem Blick auf die Statue von Draco. Ja, es war Zeit, sagte der Mönch. Zeit war, ist und wird sein, denn Zeit ist das Medium, in dem Ereignisse stattfinden. Die Materie existiert im Raum, aber die Ereignisse... Das Bild lächelte nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, brüllte es in einem Ton, der so tief war wie die Glocke der Kathedrale draußen und zersprang in zehntausend Stücke. Da, sagte der alte Haskell van Manderpoort und schlug das Buch zu. Ist meine klassische Autorität in diesem Experiment, diese Geschichte, die von mittelalterlichen Mythen und Legenden überlagert ist, beweist, dass Roger Bacon selbst das Experiment versucht hat und gescheitert ist. Er zeigte mit einem langen Finger auf mich. Doch hast du nicht den Eindruck, Dixon, dass Bruder Bacon kein großer Mann war? Er war sogar extrem großartig. Er hat die Fackel entzündet, die sein Namensvetter Francis Bacon vier Jahrhunderte später wieder aufnahm und die van Manderpoort nun erneut entfacht. Ich starrte schweigend vor mich hin. In der Tat, fuhr der Professor fort, könnte man Roger Bacon fast als einen van Manderpoort des 13. Jahrhunderts bezeichnen oder van Manderpoort als einen Roger Bacon des 21. Jahrhunderts, sein Opus Majus, Opus Minus und Opus Tertium. Was, unterbrach ich ungeduldig, hat das alles mit dem zu tun? Ich deutete auf den klobigen Metallroboter, der in der Ecke des Labors stand. Unterbrich mich nicht, schnauzte van Manderpoort. Ich werde... An dieser Stelle fiel ich von meinem Stuhl. Die Metallmasse hatte etwas wie... A-A-A-G-Rasp, ausgestoßen und war mit erhobenen Armen einen Schritt auf das Fenster zugelaufen. Was zum Teufel, stotterte ich, als das Ding seine Arme fallen ließ und stur an seinem Platz zurückkehrte. Ein Auto muss in der Gasse vorbeigefahren sein, sagte van Manderpoort gleichgültig. Wie ich schon sagte, Roger Bacon. Ich hörte nicht mehr zu. Wenn van Manderpoort entschlossen ist, eine Aussage zu beenden, sind Unterbrechungen mehr als sinnlos. Als ehemaliger Schüler von ihm weiß ich das. Also ließ ich meine Gedanken zu einigen persönlichen Problemen abschweifen, vor allem zu Tipps Alva, die das dringendste Problem des Augenblicks war. Ja, ich meine Tipps Alva, die Visionstänzerin, dieser kleine blonde Kobold, der in der Yerba Maid Aua für das brasilianische Unternehmen auftrat. Chormädchen, Tänzerinnen und Fernsehstars sind eine Schwäche von mir. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass ich eine latente Künstlerseele in mir habe. Mag sein. Ich bin Dixon Wells, der Nachkomme von N.J. Wells Corporation, Engineers Extraordinary. Ich sollte eigentlich selbst Ingenieur sein. Ich sage sollte, weil mein Vater mir in den sieben Jahren seit meinem Abschluss nicht viel Gelegenheit gegeben hatte, es zu beweisen. Er hat ein ausgeprägtes Zeitgefühl und ich bin mit der wenig beneidenswerten Eigenschaft verflucht, zu allem und jedem zu spät zu kommen. Er behauptet sogar, die gelegentlichen Entwürfe, die ich einreiche, seien spätjakobinisch. Aber das ist nicht fair. Sie sind postromanisch. Der alte N.J. stört sich auch an meiner Vorliebe für die Damen der Bühne und des Bildschirms und droht regelmäßig damit, mir das Taschengeld zu kürzen, obwohl das eigentlich ein Gehalt sein sollte. Es ist lästig, so abhängig zu sein. Und manchmal bedauere ich den unglückseligen Börsencrash von 2009, der mein eigenes Geld vernichtet hat, obwohl er mich davon abgehalten hat, Whimsey White zu heiraten. Und von Mandapuz konnte mit seinem Konjunktivator beweisen, dass das eine Katastrophe gewesen wäre. Aber was meine Gefühle betraf, war es fast eine ebenso große Katastrophe. Ich brauchte Monate, um Joanna Caldwell und ihre silbernen Augen zu vergessen. Wieder einmal war ich ein wenig zu spät dran gewesen. Von Mandapuz selbst ist mein alter Physikprofessor, Leiter der Abteilung für neuere Physik an der NYU und ein Genie, wenn auch ein wenig exzentrisch. Urteilen Sie selbst. Und das ist die These, sagte er plötzlich und unterbrach meine Gedanken. Hä? Oh, natürlich. Aber was hat dieser grinsende Roboter damit zu tun? Er räusperte sich. Das habe ich dir doch gerade gesagt, brüllte er. Idiot! Schwachkopf! Zu träumen, während von Mandapuz redet. Raus! Raus! Ich ging. Es war ohnehin schon spät, so spät, dass ich am Morgen mehr als sonst verschlief und von meinem Vater im Büro mehr als nur die übliche Belehrung über Pünktlichkeit ertragen musste. Van Mandapuz hatte seinen Ärger vergessen, als ich das nächste Mal abends vorbeikam. Der Roboter stand immer noch in der Ecke neben dem Fenster und ich verlor keine Zeit, nach seinem Zweck zu fragen. Das ist nur ein Spielzeug, das ich einige Studenten konstruieren ließ, erklärte er. Hinter dem rechten Auge befindet sich ein Schirm aus photoelektrischen Zellen, die so miteinander verbunden sind, dass der Mechanismus aktiviert wird, wenn man ein bestimmtes Muster darauf wirft. Das Ding ist an den Lichtstromkreis angeschlossen, aber eigentlich müsste es mit Benzin laufen. Warum? Nun, das Muster, auf das es eingestellt ist, hat die Form eines Autos. Schau mal hier. Er nahm eine Karte von seinem Schreibtisch und schnitt die Umrisse eines stromlinienförmigen Autos hinein, wie sie in diesem Jahr üblich waren. Da nur ein Auge benutzt wird, fuhr er fort, kann das Ding nicht zwischen einem großen Fahrzeug in der Ferne und diesem kleinen Umriss in der Nähe unterscheiden. Es hat keinen Sinn für Perspektive. Er hielt das Stück Pappe vor das Auge des Mechanismus. Sofort brüllte es »A-A-A-K-Rasp« und sprang mit erhobenen Armen einen Schritt vorwärts. Van Manderpoots zog die Karte zurück und das Ding sackte wie der Starr an seinem Platz zurück. »Was zum Teufel«, rief ich aus. »Wofür ist das?« »Arbeitet Van Manderpoots jemals ohne Hintergedanken?« »Ich benutze es als Demonstration in meinem Seminar.« »Um was zu demonstrieren?« »Die Macht der Vernunft«, sagte Van Manderpoots feierlich. »Wie und warum sollte es mit Benzin statt mit elektrischem Strom arbeiten?« »Eine Frage nach der anderen, Dixon.« Du hast die Großartigkeit von Van Manderpoots Konzept nicht verstanden. Schau, diese Kreatur, so unvollkommen sie auch ist, stellt die Raubmaschine dar. Es ist die mechanische Parallele des Tigers, der in seinem Dschungel lauert, um sich auf lebende Beute zu stürzen. Der Dschungel dieses Ungeheuers ist die Stadt. Seine Beute ist die unvorsichtige Maschine, die den Wegen folgt, die man Straßen nennt. Verstehst du? »Nein. Nun, stell dir diesen Automaten vor, nicht wie er ist, sondern wie Van Manderpoots ihn machen könnte, wenn er wollte. Er lauert gigantisch im Schatten von Gebäuden. Er schleicht heimlich durch dunkle Gassen. Er schleicht durch verlassene Straßen, während sein Benzinmotor leise schnurrt. Dann blinkt hinter seinen Augen das Bild eines ahnungslosen Autos auf dem Bildschirm auf. Er springt. Er ergreift seine Beute und schwingt sie mit stählernen Armen zwischen seine stählernen Kiefer. Durch die metallene Kehle seines Opfers krachen stählerne Zähne. Das Blut seiner Beute, also das Benzin, fließt in seinen Magen oder seinen Benzintank. Mit neuer Kraft schleudert er die Schale weg und zieht weiter, um andere Beute zu suchen. Er ist der Maschinenfresser, der Tiger der Mechanik. Ich schätze, ich starrte stumm vor mich hin. Plötzlich wurde mir klar, dass das Gehirn des großen Van Manderpoots einen Sprung hatte. Was zum... Ich keuchte. Das, sagte er unwirsch, ist nur ein Konzept. Ich habe noch viele andere Verwendungsmöglichkeiten für dieses Spielzeug. Ich kann damit alles beweisen, alles, was ich will. Das können Sie? Dann beweisen Sie etwas. Mach eine Behauptung, Dixon. Ich zögerte verblüfft. Komm, sagte er ungeduldig. Ich werde beweisen, dass Anarchie die ideale Regierung ist oder dass Himmel und Hölle derselbe Ort sind oder das. Beweisen Sie das, sagte ich. Über Himmel und Hölle. Ganz einfach. Zuerst werden wir meinen Roboter mit Intelligenz ausstatten. Ich füge ein mechanisches Gedächtnis mit Hilfe des alten Cushman-Verzögerungsventils hinzu. Ich füge einen mathematischen Sinn mit einer der Rechenmaschinen hinzu. Ich gebe ihm eine Stimme und einen Wortschatz mit dem Magnetimpuls-Drahtphonografen. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender. Wenn es eine intelligente Maschine gibt, folgt daraus nicht, dass jede andere Maschine, die wie diese konstruiert ist, die gleichen Eigenschaften haben muss? Müsste nicht jeder Roboter, der das gleiche Innenleben hat, genau den gleichen Charakter haben? Nein, unterbrach ich. Der Mensch kann keine zwei Maschinen bauen, die genau gleich sind. Es gäbe winzige Unterschiede. Der eine würde schneller reagieren als der andere, oder einer würde Fox-Air-Splitters als Beute bevorzugen, während ein anderer am heftigsten auf Karn-Cars reagierte. Mit anderen Worten, sie hätten Individualität. Ich grinste triumphierend. Das ist genau mein Punkt, bemerkte Van Manderpoot. Du gibst also zu, dass diese Individualität das Ergebnis einer unvollkommenen Verarbeitung ist. Wären unsere Produktionsmittel perfekt, wären alle Roboter identisch und es gäbe diese Individualität nicht. Ist das wahr? Ich nehme es an. Dann behaupte ich, dass unsere eigene Individualität darauf zurückzuführen ist, dass wir nicht perfekt sind. Wir alle auch, Van Manderpoot, sind nur deshalb individuell, weil wir nicht vollkommen sind. Wären wir perfekt, wäre jeder von uns genau wie jeder andere. Stimmt das? Äh, ja. Aber der Himmel ist per Definition ein Ort, an dem alles perfekt ist. Deshalb ist im Himmel jeder genau wie jeder andere. Und deshalb ist jeder durch und durch gelangweilt. Es gibt keine größere Folter als Langeweile, Dixon. Und nun habe ich meinen Standpunkt bewiesen? Ich war fassungslos. Aber was ist mit der Anarchie? Stammelte ich. Ganz einfach. Sehr einfach für Van Manderpoot. Schau mal. Bei einer perfekten Nation, das heißt einer Nation, deren Individuen alle genau gleich sind, was ich gerade als Perfektion bewiesen habe, Bei einer perfekten Nation, ich wiederhole, bei einer perfekten Nation, sind Gesetze und Regierungen völlig überflüssig. Wenn alle Menschen auf Reize in gleicher Weise reagieren, sind Gesetze natürlich völlig nutzlos. Wenn zum Beispiel ein bestimmtes Ereignis eintreten würde, das zu einer Kriegserklärung führen könnte, würde jeder in einer solchen Nation im gleichen Augenblick für den Krieg stimmen. Deshalb ist eine Regierung unnötig und deshalb ist die Anarchie die ideale Regierung, da sie die richtige Regierung für eine perfekte Rasse ist. Ich hielt inne. Ich werde nun beweisen, dass Anarchie nicht die ideale Regierung ist. Schon gut, flähte ich. Wer bin ich, dass ich mit Van Manderpoot diskutiere? Aber ist das der ganze Zweck dieses schwindelerregenden Roboters? Nur eine Grundlage für Logik? Der Mechanismus antwortete mit seinem üblichen Knurren, während er sich auf ein wackerbundierendes Auto jenseits des Fensters stürzte. Reicht das nicht? grummelte Van Manderpoot. Aber, seine Stimme wurde leiser, ich habe noch ein größeres Schicksal im Sinn, mein Junge. Van Manderpoot hat das Rätsel des Universums gelöst. Beeindruckt hielt er inne. Nun, warum sagst du nichts? Ähm, ich keuchte. Das ist wunderbar. Nicht für Van Manderpoot, sagte er bescheiden. Aber was ist es? Oh, er runzelte die Stirn. Nun, ich werde es dir sagen, Dixon. Du wirst es nicht verstehen, aber ich werde es dir erklären. Er hustete. Schon im frühen 20. Jahrhundert, fuhr er fort, hat Einstein bewiesen, dass Energie etwas Partikulares ist. Materie ist ebenfalls Partikular und nun fügt Van Manderpoot hinzu, dass Raum und Zeit diskret sind. Er starrte mich an. Energie und Materie sind partikulär, murmelte ich, und Raum und Zeit sind diskret. Das ist sehr anständig von Ihnen. Schwachkopf, fauchte er, mit den Worten von Van Manderpoot zu spielen. Du weißt sehr genau, dass ich partikulär und diskret im physikalischen Sinne meine. Die Materie besteht aus Teilchen, also ist sie partikulär. Die Teilchen der Materie heißen Elektronen, Protonen und Neutronen, die der Energie Quanten. Ich füge jetzt noch zwei weitere hinzu. Die Teilchen des Raumes nenne ich Spationen, die der Zeit und Krononen. Was zum Teufel, fragte ich, sind Teilchen aus Zeit und Raum? Genau das, was ich gesagt habe, schnauzte Van Manderpoot. Genau wie die Teilchen der Materie, die kleinsten Teile der Materie sind, die es geben kann, genau so, wie es kein halbes Elektron oder ein halbes Quant gibt. So ist das Kronon, das kleinstmögliche Fragment der Zeit, und das Spation, das kleinstmögliche Stückchen Raum. Weder die Zeit noch der Raum sind kontinuierlich, sondern sie setzen sich jeweils aus diesen unendlich kleinen Fragmenten zusammen. Nun, wie lang ist ein Kronon in der Zeit? Wie groß ist ein Spation im Raum? Van Manderpoot hat das sogar gemessen. Ein Kronon ist die Zeitspanne, die ein Energiequant braucht, um ein Elektron von einer elektronischen Umlaufbahn zur nächsten zu schieben. Eine kürzere Zeitspanne kann es natürlich nicht geben, denn ein Elektron ist die kleinste Einheit der Materie und das Quant die kleinste Einheit der Energie. Und ein Spation ist genau das Volumen eines Protons. Da es nichts Kleineres gibt, ist das natürlich die kleinste Einheit des Raumes. Nun, sehen Sie hier, argumentierte ich, was befindet sich dann zwischen diesen Teilchen von Raum und Zeit? Wenn sich die Zeit, wie Sie sagen, in Sprüngen von je einem Kronon bewegt, was ist dann zwischen den Sprüngen? Ah, sagte der Große von Mandapuz. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Zwischen den Teilchen von Raum und Zeit muss offensichtlich etwas sein, das weder Raum, Zeit, Materie noch Energie ist. Vor hundert Jahren, als Shapley sein Kosmoplasma vorstellte, nahm er das große Grundgerüst, in das Zeit und Raum und das Universum eingebettet sind, in gewisser Weise vorweg. Jetzt verkündet von Mandapuz die ultimative Einheit, das universelle Teilchen, den Brennpunkt, in dem sich Materie, Energie, Zeit und Raum treffen, die Einheit aus der Elektronen, Protonen, Neutronen, Quantenspationen und Chrononen aufgebaut sind. Das Rätsel des Universums wird durch das gelöst, was ich, Kosmon, genannt habe. Seine blauen Augen bohrten sich in mich. Großartig, sagte ich schwach, da ich wusste, dass ein solches Wort erwartet wurde. Aber wozu ist es gut? Wozu ist es gut? brüllte er. Es bietet oder wird bieten, sobald ich ein paar Details ausgearbeitet habe, die Möglichkeit, Energie in Zeit zu verwandeln oder Raum in Materie oder Zeit in Raum oder... Er stotterte und verstummte. Oh, Stummkopf, murmelte er. Wenn man bedenkt, dass du unter der Leitung von Van Manderpoot studiert hast, ich erröte, ich werde wirklich rot. Man hätte es ihm nicht ansehen können, wenn er errötet wäre. Sein Gesicht war immer gerötet. Kolossal, sagte ich hastig. Was für ein Geist! Das beschwichtigte ihn. Aber das ist noch nicht alles, fuhr er fort. Van Manderpoot macht nie vor der Perfektion Halt. Ich kündige jetzt das Einheitsteilchen des Gedankens an. Das Psychon. Das war ein bisschen zu viel. Ich starte ihn nur an. Nun, du magst verblüfft sein, sagte Van Manderpoot. Ich nehme an, du weißt, zumindest vom Hörensagen, von der Existenz des Denkens. Das Psychon, die Einheit des Denkens, besteht aus einem Elektron und einem Proton, die zu einem Neutron verbunden sind, eingebettet in ein Kosmon, das ein Volumen von einer Spazion einnimmt. Angetrieben von einem Quant, für eine Dauer von einem Kronon. Sehr offensichtlich, sehr einfach. Oh, sehr, erwiderte ich. Sogar ich kann das verstehen, dass das einem Psychon entspricht. Er strahlte. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Und was, fragte ich, werden Sie mit den Psychons machen? Oh, krummelte er. jetzt gehen wir sogar am Kern der Sache vorbei und kehren zu Isaak hier zurück. Er deutete mit dem Daumen in Richtung des Roboters. Hier werde ich Roger Bacons mechanischen Kopf erschaffen. Im Schädel dieser plumpen Kreatur wird eine solche Intelligenz ruhen, wie sie nicht einmal von Mandapot, ich sollte sagen, wie nur von Mandapot sich vorstellen kann. Es bleibt nur noch, meinen Idealisator zu konstruieren. Ihren Idealisator? Gewiss! Habe ich nicht gerade bewiesen, dass Gedanken so real sind wie Materie, Energie, Zeit oder Raum? Habe ich nicht soeben bewiesen, dass das eine durch das Kosmon in das andere verwandelt werden kann? Mein Idealisator ist das Mittel, um Psychonen in Quanten zu verwandeln, so wie zum Beispiel eine Crookes-Röhre oder eine Röntgenröhre-Materie in Elektronen umwandelt. Ich werde deine Gedanken sichtbar machen und zwar nicht deine Gedanken, wie sie in deinem gefühllosen Gehirn sind, sondern in idealer Form, verstehst du? Die Psychonen deines Geistes sind dieselben wie die jedes anderen Geistes, so wie alle Elektronen identisch sind, egal, ob sie aus Gold oder Eisen sind, ja, deine Psychonen, seine Stimme zitterte, sind identisch mit denen des Geistes von Van Manderpoots. Er hielt erschüttert inne. Tatsächlich, keuchte ich, tatsächlich, natürlich in geringerer Zahl, aber identisch. Deshalb zeigt mein Idealisator deine Gedanken befreit von dem Eindruck deiner Persönlichkeit. Er zeigt sie idealisiert. Nun, ich war wieder zu spät im Büro. Eine Woche später dachte ich an Van Manderpoots. Tipps war irgendwo auf Tournee und ich traute mich nicht, mit jemand anderem auszugehen, denn ich hatte es schon einmal versucht und sie hatte es herausgefunden. Da ich also nichts zu tun hatte, schaute ich schließlich im Büro des Professors vorbei, stellte fest, dass er fehlte und fand ihn schließlich in seinem Labor im Physikgebäude. Er hantierte an dem Tisch herum, auf dem einst sein verdammter Konjunktivator gestanden hatte, doch jetzt befand sich darauf ein unbeschreibliches Durcheinander von Schläuchen und verwickelten Drähten und als auffälligstes Merkmal ein kreisförmiger, ebener Spiegel, in den ein Gitter aus fein zerkratzten Linien geätzt war. Guten Abend, Dixon. Grummelte er. Ich erwiderte seinen Gruß. Was ist das? fragte ich. Mein Idealisator, ein grobes Modell, viel zu globig, um in Isaaks Eisenschädel zu passen. Ich mache es nur, um es auszuprobieren. Er blickte mich mit funkelnden blauen Augen an. Welch ein Glück, dass du hier bist. Es erspart der Welt ein schreckliches Risiko. Ein Risiko? Ja, es ist offensichtlich, dass eine zu lange Aussetzung an das Gerät zu viele Psychonen extrahiert und den Geist der Testperson in eine Art schwachsinnigen Zustand versetzt. Ich war kurz davor, das Risiko einzugehen, aber ich sehe jetzt, dass es der Welt gegenüber sehr unfair wäre, den Geist von Van Manderpoots zu gefährden. Aber du bist zur Stelle und wirst es sehr gut machen. Oh nein, das werde ich nicht. Komm, komm schon, sagte er und runzelte die Stirn. Die Gefahr ist vernachlässigbar. Ich bezweifle sogar, dass das Gerät in der Lage sein wird, irgendwelche Psychonen aus deinem Geist zu extrahieren. Auf jeden Fall wirst du mindestens eine halbe Stunde lang vollkommen sicher sein. Ich, mit einem weitaus produktiveren Verstand, könnte der Belastung zweifellos unbegrenzt standhalten, aber meine Verantwortung gegenüber der Welt ist zu groß, um es zu riskieren, bevor ich das Gerät an jemand anderen getestet habe. Du solltest stolz auf diese Ehre sein. Nun, das bin ich nicht. Aber mein Protest war schwach und schließlich wusste ich, dass Van Manderpoots mich trotz seines überheblichen Auftretens mochte und ich war mir sicher, dass er mich keiner wirklichen Gefahr aussetzen würde. Schließlich fand ich mich vor dem Tisch mit Blick auf den geätzten Spiegel sitzend wieder. Halte dein Gesicht auf den Lauf, sagte Van Manderpoots und deutete auf ein ofenartiges Rohr. Das ist nur dazu da, um das Blickfeld einzuschränken, so dass du nur den Spiegel sehen kannst. Mach schon, sage ich. Das ist nicht mehr als ein Okular eines Teleskops oder Mikroskops. Ich willigte ein. Und was jetzt? Fragte ich. Was siehst du? Mein eigenes Gesicht im Spiegel. Natürlich. Jetzt bringe ich den Reflektor zum Drehen. Ein leises Suchen ertönte und der Spiegel drehte sich gleichmäßig, aber immer noch mit einem leicht verschwommenen Bild von mir selbst. Hör zu, fuhr Van Manderpoots fort. Du sollst Folgendes tun. Du wirst an ein allgemeines Substantiv denken, Haus zum Beispiel. Wenn du an ein Haus denkst, wirst du nicht ein einzelnes Haus sehen, sondern dein ideales Haus, das Haus all deiner Träume und Wünsche. Wenn du an ein Pferd denkst, siehst du das, was sich dein Geist als das perfekte Pferd vorstellt, ein Pferd, wie es Traum und Sehnsucht erschaffen. Hast du das verstanden? Hast du ein Thema gewählt? Ja. Schließlich war ich erst 28 und das Substantiv, das ich gewählt hatte, war Mädchen. Gut, sagte der Professor. Ich schalte den Strom ein. Hinter dem Spiegel war ein blaues Leuchten zu sehen. Mein eigenes Gesicht starrte mich noch immer von der sich drehenden Oberfläche an, aber dahinter formte sich etwas, baute sich auf, wuchs. Ich blinzelte, als ich meine Augen wieder fokussierte, war es, sie war, da, mein Gott. Ich kann sie nicht beschreiben, ich weiß nicht einmal, ob ich sie beim ersten Mal deutlich gesehen habe. Es war, als würde ich in eine andere Welt blicken und die Verkörperung aller Sehnsüchte, Träume, Hoffnungen und Ideale sehen. Es war ein so ergreifendes Gefühl, dass es die Grenzen zum Schmerz überschritt. Es war, nun ja, exquisite Folter oder quälende Freude. Es war gleichzeitig unerträglich und unwiderstehlich. Aber ich schaute hin. Ich musste es tun. Die unfassbar schönen Züge waren mir auf eindringliche Weise vertraut. Ich hatte das Gesicht irgendwo, irgendwann einmal gesehen. In Träumen? Nein. Mir wurde plötzlich klar, woher diese Vertrautheit kam. Dies war keine lebende Frau, sondern eine Synthese. Ihre Nase war die winzige, freche Nase von Whimsy White in ihrem schönsten Moment. Ihre Lippen waren die perfekte Verbeugung vor Tipps Alva. Ihre silbernen Augen und ihr dunkles Samthaar waren die von Joanne Caldwell. Aber die Gesamtheit, die Summe, das Gesicht im Spiegel, das war nichts von alledem. Es war ein Gesicht, das unmöglich, unglaublich, unverschämt schön war. Nur ihr Gesicht und ihr Hals waren zu sehen und die Gesichtszüge waren kühl, ausdruckslos und still wie eine Schnitzerei. Ich fragte mich plötzlich, ob sie lächeln könnte und bei dem Gedanken tat sie es. War sie vorher schön gewesen, so entflammte ihre Schönheit jetzt in einem solchen Ausmaß, dass es nun ja unverschämt war. Es war ein Affront, so schön zu sein, es Ich fühlte eine wilde Welle der Wut, dass das Bild vor mir eine solche Schönheit zur Schau stellte und doch nicht existierte. Es war eine Täuschung, ein Betrug, ein Versprechen, das niemals eingelöst werden konnte. Die Wut erstarb in den Tiefen dieser Faszination. Ich fragte mich, wie der Rest von ihr aussah und augenblicklich bewegte sie sich anmutig zurück, bis ihre ganze Gestalt zu sehen war. Ich muss wohl im Herzen prüde sein, denn sie trug nicht das übliche Mieder und die Shorts jener Jahre, sondern ein schillerndes, vierteiliges Kostüm, das ihre zierlichen Knie fast verbarg. Aber ihre Gestalt war schlank und aufrecht, wie eine Säule aus Zigarettenrauch in stiller Luft. Und ich wusste, dass sie tanzen konnte, wie ein Nebelschwaden auf dem Wasser. Und bei diesem Gedanken bewegte sie sich, machte einen tiefen Knicks und blickte mit der kleinstmöglichen Röte, die ihren Hals umspielte, Ja, ich muss im Grunde meines Herzens Prüde sein. Trotz Tipps Alva und Whimsy White und dem Rest war mein Ideal bescheiden. Es war unglaublich, dass der Spiegel einfach meine Gedanken wiedergab. Sie schien so real zu sein wie ich und das war sie wohl auch. So real wie ich selbst, nicht mehr und nicht weniger, denn sie war ein Teil meines eigenen Geistes. mir bewusst, dass Van Mandapoot mich schüttelte und brüllte. Deine Zeit ist um, komm da raus, deine halbe Stunde ist um. Er muss den Strom abgeschaltet haben. Das Bild verblasste und ich nahm mein Gesicht von der Röhre und ließ es auf meine Arme fallen. Oh. Ich stöhnte auf. Wie fühlst du dich? schnauzte er. Fühlen? Ganz gut. Körperlich. Ich sah auf. Besorgnis flackerte in seinen Augen. Was ist die Kopiekwurzel von 4913? knisterte er scharf. Ich konnte schon immer gut mit Zahlen umgehen. Es ist 17, gab ich dumpf zurück. Warum zum Teufel du bist geistig in Ordnung? verkündete er. Warum hast du dann eine halbe Stunde lang wie ein Dummkopf dagesessen? Mein Idealisator hat wohl gewirkt, wie es sich für eine Van Mandapods Kreation gehört. Aber woran hast du gedacht? Ich dachte, ich dachte an Mädchen, stöhnte ich. Er schnaubte. Ha, das wolltest du, du Idiot. Haus oder Pferd war nicht gut genug. Du musstest etwas mit emotionalen Konnotationen wählen. Nun, du kannst gleich damit anfangen, sie zu vergessen, denn sie existiert nicht. Ich konnte die Hoffnung nicht so einfach aufgeben. Aber können sie nicht, können sie nicht? Ich wusste nicht einmal, was ich fragen wollte. Van Mandaprood verkündete er. Ist ein Mathematiker, kein Zauberer, verlange nicht, dass ich ein Ideal für dich materialisiere. Als ich außer einem Stöhnen keine Antwort hatte, fuhr er fort. Jetzt halte ich es für sicher genug, das Gerät selbst auszuprobieren. Ich werde mal sehen, den Gedanken Mensch nehmen. Ich werde sehen, wie der Übermensch aussieht, denn das Ideal von Van Mandaprood kann nichts Geringeres als der Übermensch sein. Er setzte sich. Lädt den Schalter um, sagte er. Jetzt. Ich tat es. Die Röhren glühten in schwachem, blauem Licht. Ich schaute stumpfsinnig und desinteressiert zu. Nach diesem Bild des Ideals hatte nichts mehr einen Reiz für mich. Oh, sagte Van Mandaprood plötzlich. Anschalten sage ich, ich sehe nichts als mein eigenes Spiegelbild. Ich starrte ihn an, dann brach ich in ein hohles Gelächter aus. Der Spiegel drehte sich, die Röhrenbänke glühten, das Gerät funktionierte. Van kann man ein niedrigeres Ideal vom Menschen haben als Van Mandaprood. Ich sehe nichts, was auch nur annähernd so komisch ist wie deine Situation. Das Lachen erstarb. Ich ging kläglich nach Hause, verbrachte die halbe restliche Nacht in mürrischer Grübelei, rauchte fast zwei Schachteln Zigaretten und kam am nächsten Tag überhaupt nicht mehr ins Büro. Tipps Alva kam für eine Wochenendsendung in die Stadt zurück, aber ich machte mir nicht einmal die Mühe, sie zu sehen, sondern rief sie einfach an und sagte ihr, ich sei krank. Ich schätze, mein Gesicht verlieh der Geschichte Glaubwürdigkeit, denn sie war sehr mitfühlend und ihr Gesicht auf dem Telefondisplay war ziemlich besorgt. Trotzdem konnte ich meinen Blick nicht von ihren Lippen abwenden, denn abgesehen von einer etwas zu glänzenden Schminke waren es die Lippen des Ideals. Aber sie waren nicht genug. Sie waren einfach nicht genug. Der alte N.J. begann sich wieder zu sorgen. Ich konnte morgens nicht mehr verschlafen und nachdem ich diesen einen Tag verpasst hatte, kam ich immer früher herunter, bis ich eines Morgens nur zehn Minuten zu spät kam. Er rief mich sofort zu sich. Hör zu, Dixon, sagte er. Warst du in letzter Zeit bei einem Arzt? Ich bin nicht krank, sagte ich lustlos. Dann heirate das Mädchen um Himmels Willen. Es ist mir egal, in welchem Chor sie eintritt. Heirate sie und verhalte dich wieder wie ein menschliches Wesen. Ich kann nicht. Oh, sie ist schon verheiratet, ja. Ich konnte ihm nicht sagen, dass sie nicht existierte. Ich konnte nicht sagen, dass ich in eine Vision, einen Traum, ein Ideal verliebt war. Er hielt mich sowieso für ein bisschen verrückt, also murmelte ich nur, ja, und widersprach nicht, als er unwirsch sagte, dann kommst du drüber hinweg, mach einen Urlaub, nimm zwei Urlaube, das solltest du auch tun, schließlich bist du hier gut aufgehoben. Ich verließ New York nicht, mir fehlte die Energie. Ich trieb mich einfach eine Weile in der Stadt herum, meht meine Freunde und träumte von der unmöglichen Schönheit des Gesichts im Spiegel. Und nach und nach wurde die Sehnsucht, dieses Bild der Perfektion noch einmal zu sehen, übermächtig. Ich glaube nicht, dass irgendjemand außer mir die Verlockung dieser Erinnerung verstehen kann. Das Gesicht war nämlich mein Ideal, meine Vorstellung von Vollkommenheit. Man sieht hier und da in der Welt schöne Frauen, man verliebt sich aber immer, egal wie groß ihre Schönheit oder wie tief die Liebe ist, bleiben sie in gewisser Weise hinter der geheimen Idealvorstellung zurück. Aber nicht das gespiegelte Gesicht. Sie war mein Ideal und deshalb hatte sie in meinen Augen keine Mängel, was auch immer sie in den Augen der anderen gehabt haben mag. Keinen außer dem schrecklichen Makel nur ein Ideal zu sein und daher unerreichbar. Aber das ist ein Fehler, der jeder Vollkommenheit innewohnt. Es dauerte nur wenige Tage, bis ich nachgab. Der gesunde Menschenverstand sagte mir, dass es zwecklos, ja sogar töricht war, die Vision der vollkommenen Begehrlichkeit erneut zu betrachten. Ich kämpfte gegen den Hunger an, aber ich kämpfte hoffnungslos und war nicht im geringsten überrascht, als ich eines Abends an die Tür von Van Mandapuz im Universitätsclub klopfte. Er war nicht da. Ich hatte gehofft, dass er nicht da sein würde, denn so hatte ich einen Vorwand, ihn in seinem Labor im Physikgebäude zu suchen, wohin ich ihn ohnehin geschleppt hätte. Dort fand ich ihn, wie er auf dem Tisch, auf dem der Idealisator stand, irgendwelche Notizen machte. Hallo Dixon, sagte er, ist dir jemals in den Sinn gekommen, dass es die ideale Universität nicht geben kann? Natürlich nicht, denn sie muss aus perfekten Studenten und perfekten Professoren bestehen, denn dann hätten erstere nichts zu lernen und letztere folglich nichts zu lehren. Welches Interesse hatte ich an der perfekten Universität in ihrer Unfähigkeit zu existieren? Mein ganzes Wesen war verzweifelt über die Nicht-Existenz eines anderen Ideals. Professor, sagte ich angespannt, darf ich das Ding von Ihnen noch einmal benutzen? Ich möchte etwas sehen. Meine Stimme muss die Situation verraten haben, denn Van Mandapods schaute scharf auf. So, schnauzte er, du hast also meinen Rat missachtet, vergiss sie, sagte ich, vergiss sie, denn es gibt sie nicht. Aber ich kann nicht. Noch einmal, Professor, nur noch einmal. Er zuckte mit den Schultern, aber seine blauen metallischen Augen waren ein wenig weicher als sonst. Schließlich mag er mich aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Nun, Dixon, sagte er, du bist volljährig und solltest über eine reife Intelligenz verfügen. Ich sage dir, dass dies eine sehr dumme Bitte ist und Van Mandapods weiß immer, wovon er spricht. Wenn du dich mit dem Opium der unmöglichen Träume betäuben willst, dann nur zu. Das ist die letzte Chance, die du hast, denn morgen geht der Idealisator von Van Mandapods in den Bacon-Kopf von Isaak dort. Ich werde die Oszillatoren so verschieben, dass die Psychonen anstatt zu Lichtquanten zu werden, als Elektronenstrom auftauchen. Ein Strom, der Isaak Stimmapparat betätigen und als Sprache herauskommen wird. Er hielt nachdenklich inne. Van Mandapods wird die Stimme des Ideals hören. Natürlich kann Isaak nur das zurückgeben, was er vom Gehirn des Operators an Psychonen empfängt, aber genau wie das Bild im Spiegel werden die Gedanken ihren menschlichen Eindruck verloren haben und die Worte werden die eines Ideals sein. Er merkte, dass ich nicht zuhörte, nehme ich an. Dann mach, du Schwachkopf, grunzte er. Ich tat es. Die Herrlichkeit, nach der ich mich sehnte, flammte langsam auf. Unglaublich schön und irgendwie unglaublich noch schöner als bei dieser anderen Gelegenheit. Ich weiß jetzt warum. Lange danach erklärte mir Van Mandapods, dass die Tatsache, dass ich schon einmal ein Ideal gesehen hatte, mein Ideal veränderte, es auf eine höhere Ebene hob. Mit diesem Gesicht in meiner Erinnerung war meine Vorstellung von Vollkommenheit eine andere als zuvor. Ich starrte also und war hungrig, bereitwillig und augenblicklich antwortete das Wesen im Spiegel auf meine Gedanken mit Lächeln und Bewegung. Wenn ich an Liebe dachte, leuchteten ihre Augen mit einer solchen Zärtlichkeit, dass es mir ich Dixon Wells zu jenen Paaren, die die großen Romanzen der Welt geschaffen hatten. Eloise und Abelard, Tristam und Isolde, O'Kessin und Nicolette. Es war wie ein Deutschstoß, als ich spürte, wie Van Manderpootz mich schüttelte, als ich seine schroffe Stimme hörte, die rief, raus hier, raus mit dir, die Zeit ist um. Ich stöhnte auf und ließ mein Gesicht auf meine Hände fallen. Der Professor hatte natürlich Recht gehabt. Diese wahnsinnige Wiederholung hatte eine unerfüllbare Sehnsucht nur noch verstärkt und ein schlimmes durcheinander noch zehnmal schlimmer gemacht. Dann hörte ich ihn hinter mir murmeln. Seltsam, murmelte er. In der Tat, fantastisch. Oedipus, der Oedipus der Titelseiten und Plakate. Ich blickte mich stumpfsinnig um. Er stand hinter mir und schielte offenbar in den sich drehenden Spiegel hinter dem Ende der schwarzen Röhre. Hm? Ich grunzte müde. Dieses Gesicht, sagte er, sehr merkwürdig. Du musst ihre Gesichtszüge in hundert Zeitschriften auf tausenden Plakatwänden und in unzähligen Fernsehsendungen gesehen haben. Der Oedipus Komplex in einer seltsamen Form. Äh, konnten sie sie sehen? Natürlich, stöhnte er. Habe ich nicht schon ein Dutzend Mal gesagt, dass die Psychonen in ganz gewöhnliche Quants des sichtbaren Lichts umgewandelt werden? Wenn du sie sehen konntest, warum nicht auch ich? Aber was ist mit den Werbetafeln und so? Dieses Gesicht, sagte der Professor langsam. Es ist natürlich etwas idealisiert und bestimmte Details sind falsch. Ihre Augen sind nicht das blasse Silberblau, das du dir vorgestellt hast. Sie sind grün, mehrgrün, Smaragdfarben. Wovon zum Teufel? fragte ich heiser. Reden sie denn da? Von dem Gesicht im Spiegel. Es hat zufällig, Dickson, eine große Ähnlichkeit mit den Zügen von Delis d'Agrillon, der Libelle. Sie meinen, sie ist echt, sie existiert, sie lebt, sie... Warte einen Moment, Dickson. Sie ist durchaus real, aber wie du es gewohnt bist, kommst du ein wenig zu spät, etwa 25 Jahre zu spät, würde ich sagen. Sie muss jetzt irgendwo in den Fünfzigern sein, Mal sehen, dreiundfünfzig denke ich. Aber in deiner frühen Kindheit musst du ihr Gesicht überall gesehen haben, Delis d'Agrillon, die Libelle. Ich konnte nur schlucken. Dieser Schlag war niederschmetternd. Weißt du, fuhr Van Manderpoots fort, die Ideale werden einem sehr früh eingepflanzt. Deshalb verliebt man sich immer wieder in Mädchen, die das eine oder andere Merkmal haben, das einen an sie erinnert. Ihr Haar, ihre Nase, ihr Mund, ihre Augen, ganz einfach, aber ziemlich merkwürdig. Merkwürdig, strahlte ich. Merkwürdig, sagen sie. Jedes Mal, wenn ich in eine ihrer verdammten Vorrichtungen schaue, bin ich in einen Mythos verliebt, ein Mädchen, das tot ist oder verheiratet oder unwirklich oder in eine alte Frau verwandelt. Merkwürdig, nicht wahr? Verdammt komisch, nicht wahr? Einen Moment, sagte der Professor gelassen. Es ist so, Dixon, dass sie eine Tochter hat. Außerdem ähnelt Denise ihrer Mutter und noch dazu kommt sie nächste Woche nach New York, um hier an der Universität amerikanische Literatur zu studieren. Sie schreibt, weißt du? Das war zu viel, um es sofort zu verstehen. Woher, woher wissen sie das? Ich schnappte nach Luft. Es war eines der wenigen Male, dass ich die kolossale Stumpfheit von Van Manderpoort aufgewühlt gesehen habe. Er errötete ein wenig und sagte langsam, es ist auch so, Dixon, dass Haskell Van Manderpoort und Delil Dagriand vor vielen Jahren in Amsterdam sehr freundschaftlich miteinander umgegangen sind. Mehr als freundschaftlich, würde ich sagen, wenn ich zwei so mächtige Persönlichkeiten wie die Lebelle und Van Manderpoort ständig im Streit gelegen hätten. Er runzelte die Stirn. Ich war fast ihr zweiter Ehemann. Sie hatte sieben, glaube ich. Denise ist die Tochter ihres Dritten. Warum kommt sie hierher? Weil, sagte er würdevoll, Van Manderpoort hier ist. Ich bin immer noch ein Freund von Delil. Er drehte sich um und beugte sich über das komplexe Gerät auf dem Tisch. Gib mir den Schraubenschlüssel, befahl er. Heute Abend baue ich das Ding ab und morgen fange ich an, es für Isaaks Kopf wieder zusammen zu setzen. Als ich in der darauffolgenden Woche eifrig in Van Manderpoots Laboratorium zurückkehrte, war der Idealisator immer noch an seinem Platz. Der Professor begrüßte mich mit einer humorvollen Verrenkung seines bärtigen Mundes. Ja, er ist noch da, sagte er und deutete auf das Gerät. Ich habe beschlossen, ein völlig neues für Isaak zu bauen und außerdem hat mich dieses Gerät sehr amüsiert. Außerdem, um es mit den Worten von Oscar Wilde zu sagen, wer bin ich schon, dass ich mich an einem genialen Werk zu schaffen mache. Schließlich ist der Mechanismus das Produkt des großen Van Manderpoots. Er hatte mich absichtlich gereizt. Er wusste, dass ich nicht gekommen war, um ihn über Isaak oder gar über den unvergleichlichen Van Manderpoot sprechen zu hören. Dann lächelte er, wurde weicher und wandte sich dem kleinen Büro nebenan zu dem Raum, in dem Isaak in metallischer Strenge stand. Denise, rief er, komm her. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hatte, aber ich weiß, dass mir der Atem stockte, als das Mädchen eintrat. Sie entsprach natürlich nicht ganz meinem Idealbild. Sie war vielleicht ein klein wenig schlanker schlanker und ihre Augen nun, sie müssen denen von Delisle D'Agrion sehr ähnlich gewesen sein, denn sie waren der klarste Smaragd, den ich je gesehen habe. Es waren unverschämt direkte Augen und ich konnte mir vorstellen, warum Van Manderpoot und die Libelle ewig im Streit lagen. Das war leicht vorstellbar, wenn man in die Augen der Tochter der Libelle sah. Auch war Denise offenbar nicht ganz so weiblich und bescheiden, wie ich es mir vorstellte. Sie trug das äußerst unauffällige Kostüm der damaligen Zeit, das, wie ich vermute, ungefähr so viel von ihr verdeckte, wie einer der einteiligen Badeanzüge der mittleren Jahre des 20. Jahrhunderts. Sie vermittelte einen Eindruck weniger von flüchtiger Anmut als von Geschmeidigkeit und geschmeidiger Kraft, von Unabhängigkeit, Offenheit und ich wiederhole es Unverschämtheit. Nun, sagte sie kühl, als Van Mandapotz mich vorstellte. Sie sind also der Spross des N. J. Wells Corporation. Ihre Eskapaden beleben von Zeit zu Zeit die Pariser Sonntagsbeilagen. Waren sie es nicht, der eine Million Dollar auf dem Markt erbeutet hat, damit sie Whimsey White fragen konnten? Ich errötete. Das war stark übertrieben, sagte ich hastig. Und außerdem habe ich es verloren, bevor wir, bevor ich, nicht, bevor sie sich ein bisschen lächerlich gemacht haben, glaube ich, beendete sie süß. Nun, so war sie eben. Wenn sie nicht so höllisch hübsch gewesen wäre, wenn sie nicht so sehr wie das Gesicht im Spiegel ausgesehen hätte, wäre ich ausgeflippt, hätte gesagt, schön sie kennengelernt zu haben und hätte sie nie wieder gesehen. Aber ich konnte nicht wütend werden, nicht wenn sie das dunkle Haar, die perfekten Lippen, die freche Nase des Wesens hatte, das für mich ideal war. Also sah ich sie wieder und zwar mehrere Male. Ich nehme an, dass ich die meiste Zeit zwischen den wenigen Literaturkursen, die sie belegte, mit ihr verbrachte und allmählich begann ich zu erkennen, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch in anderer Hinsicht nicht so weit von meinem Ideal entfernt war. Hinter ihrer Unverschämtheit verbarg sich Ehrlichkeit, Offenheit und, trotz ihrer Erscheinung, Liebenswürdigkeit, so dass ich mich trotz meines höheren Alters ziemlich schnell in sie verliebte. Und außerdem wusste ich, dass sie anfing, meine Gefühle zu erwidern. Das war die Situation, als ich sie eines Mittags abholte und mit ihr zum Labor von Van Manderpootz fuhr. Wir waren mit ihm zum Mittagessen im Universitätsclub verabredet. Aber er war damit beschäftigt, in dem großen Labor, das sich hinter seinem persönlichen Labor befand, ein Experiment zu leiten und ein Chaos zu beseitigen, in das seine Mitarbeiter hineingeraten waren. Also gingen Denise und ich zurück in den kleineren Raum, völlig zufrieden damit, allein zu sein. In ihrer Gegenwart verspürte ich einfach keinen Hunger. Allein das Gespräch mit ihr war ein ausreichender Ersatz für essen. Ich werde eine gute Schriftstellerin sein, sagte sie nachdenklich. Eines Tages, Dick, werde ich berühmt sein. Nun, jeder weiß, wie richtig diese Vorhersage war. Ich stimmte ihr sofort zu. Sie lächelte. Du bist nett, Dick, sagte sie. Sehr nett. Sehr? Sehr, sagte sie mit Nachdruck. Dann wanderten ihre grünen Augen hinüber zu dem Tisch, auf dem der Idealisator stand. Was ist das für eine verrückte Erfindung von Onkel Haskel? fragte sie. Ich erklärte es ihr. Leider etwas ungenau, aber kein normaler Ingenieur kann die Verzweigungen eines Van Manderpoots Konzepts nachvollziehen. Aber Denise verstand das Wesentliche und ihre Augen leuchteten Smaragdfarben. Das ist faszinierend, rief sie aus. Sie erhob sich und ging zum Tisch hinüber. Ich werde es ausprobieren. Nicht ohne den Professor, das wirst du nicht, es könnte gefährlich sein. Das war die falsche Antwort. Die grünen Augen leuchteten heller, als sie mir einen verschmitzten Blick zuwarf. Doch, das werde ich, sagte sie. Dick, ich werde meinen Traummann sehen. Sie lachte leise. Ich war in Panik. Was, wenn ihr Idealmann groß und dunkel und kräftig wäre, statt klein und Sandfarben und ein bisschen, nun ja, pummelig, wie ich es war. Nein, sagte ich vehement, das lasse ich nicht zu. Sie lachte wieder. Ich nehme an, sie hat meine Bestürzung bemerkt, denn sie sagte leise, sei nicht dumm, Dick. Sie setzte sich hin, legte ihr Gesicht an die Öffnung des Laufs und befahl, mach es an. Ich konnte ihr nicht widersprechen. Ich stellte den Spiegel an und schaltete die Anlage mit den Röhren ein. Sofort trat ich hinter sie und blinzelte in das, was von dem blinkenden Spiegel zu sehen war, in dem sich langsam, undeutlich ein Gesicht abzeichnete. Ich war aufgeregt. Sicherlich war das Haar des Bildes Sandfarben. Ich glaubte jetzt sogar, eine Ähnlichkeit mit meinen eigenen Gesichtszügen zu erkennen. Vielleicht spürte Denise etwas Ähnliches, denn sie wandte plötzlich ihren Blick von der Röhre ab und blickte mit einer für sie höchst ungewöhnlichen, leicht verlegenen Röte auf. Ideale sind langweilig, sagte sie. Ich will einen echten Nervenkitzel. Weißt du, was ich jetzt sehen werde? Ich werde mir das ideale Grauen vorstellen. Das ist es, was ich tun werde. Ich werde den absoluten Horror sehen. Oh nein, das wirst du nicht. Ich keuchte. Das ist eine furchtbar gefährliche Idee. Aus dem anderen Zimmer hörte ich die Stimme von Van Manderputz. Dixon! Gefährlich, Quatsch, erwiderte Denise. Ich bin eine Schriftstellerin, Dick. Alles, was das für mich bedeutet, ist Material. Es ist nur eine Erfahrung und ich will sie haben. Wieder Van Manderputz. Dixon! 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 Komm her! Ich sagte, hör zu Denise, ich bin gleich wieder da. Versuch nichts, bis ich hier bin, bitte. Ich stürzte in das große Labor. Van Manderputz stand einer eingeschüchterten Gruppe von Assistenten gegenüber, die ganz offensichtlich große Ehrfurcht vor dem großen Mann hatten. Ha! Dixon! schimpfte er. Erklär diesen Dummköpfen, was ein Emmerich-Ventil ist und warum es nicht in einem freien elektronischen Strom funktioniert. Zeig ihnen, dass selbst ein gewöhnlicher Ingenieur so viel weiß. Nun, ein gewöhnlicher Ingenieur weiß das nicht, aber ich wusste es zufällig. Nicht, dass ich als Ingenieur besonders außergewöhnlich wäre, aber ich wusste das zufällig, weil ich ein oder zwei Jahre zuvor an den großen Gezeiten-Turbinen oben in Maine gearbeitet hatte, wo sie Emmerich-Ventile verwenden müssen, um elektrische Lags durch die enormen Potenziale in ihren Kondensatoren zu verhindern. Ich begann also zu erklären und Van Manderputz warf immer wieder sarkastische Bemerkungen über seine Mitarbeiter ein und als ich schließlich fertig war, hatte ich wohl eine halbe Stunde dort verbracht. Und dann fiel mir den Nies ein. Ich starrte Van Manderputz an, als ich zurück eilte und tatsächlich, da war das Mädchen mit dem Gesicht an das Rohr gepresst und mit den Händen die Tischkante umklammert. Ihre Gesichtszüge waren natürlich verborgen, aber irgendetwas an ihrer angespannten Haltung, ihren weißen Knöcheln. Denise, rief ich, ist alles in Ordnung mit dir, Denise. Sie bewegte sich nicht. Ich steckte mein Gesicht zwischen den Spiegel und das Ende des Fasses und schaute durch das Rohr auf ihr Gesicht und was ich sah, machte mich fast sprachlos. Haben sie jemals den blanken, wahnsinnigen, unendlichen Schrecken in einem menschlichen Gesicht gesehen? Das war es, was ich in Denises Gesicht sah. Unaussprechliches, unerträgliches Entsetzen. Schlimmer, als es die Angst vor dem Tod je sein könnte. Ihre grünen Augen waren so weit aufgerissen, dass ich das Weise um sie herum abzeichnete. Ihre perfekten Lippen waren verzerrt, ihr ganzes Gesicht zu einer Maske des blanken Schreckens verzogen. Ich eilte zum Schalter, doch im Vorbeigehen erhaschte ich einen einzigen Blick auf das, was sich im Spiegel zeigte. Unglaublich. Obszöne, schreckliche, entsetzliche Dinge. Man kann sie nicht in Worte fassen, es gibt keine Worte. Denise bewegte sich nicht, als sich die Röhren verdunkelten. Ich hob ihr Gesicht von der Röhre und als sie mich erblickte, bewegte sie sich. Sie stürzte aus dem Stuhl und stürzte sich mit einem solchen Entsetzen auf mich, das ich innehielt. Denise, rief ich. Es ist nur dick, schau Denise. Aber als ich mich auf sie zubewegte, stieß sie einen erstickten Schrei aus. Ihre Augen wurden trüb, ihre Knie gaben nach und sie fiel in Ohnmacht. Was auch immer sie gesehen hatte, es muss äußerst schrecklich gewesen sein, denn Denise war nicht der Typ, der in Ohnmacht fällt. Eine Woche später saß ich Van Mandapurz in seinem kleinen inneren Büro gegenüber. Die graue Metallfigur von Isaak war verschwunden und der Tisch, auf dem der Idealisator gestanden hatte, war leer. Ja, sagte Van Mandapurz. Ich habe ihn demontiert. Einer von Van Mandapurz wenigen Fehlern war es, ihn dort stehen zu lassen, wo zwei Inkompetente wie du und Denise an ihn herankommen können. Es scheint, dass ich die Intelligenz anderer immer wieder überbewerte. Ich neige wohl dazu, sie nach dem Gehirn von Van Mandapurz zu beurteilen. Ich sagte nichts. Ich war völlig entmutigt und deprimiert und was auch immer der Professor über meinen Mangel an Intelligenz sagte, ich hielt es für gerechtfertigt. In Zukunft, fuhr Van Mandapurz fort, werde niemandem außer mir selbst Intelligenz zutrauen und ich werde zweifellos viel genauer liegen. Er winkte mit der Hand auf Isaaks leere Ecke. Nicht einmal dieser Bacon Kopf, fuhr er fort. Ich habe dieses Projekt aufgegeben, denn wozu braucht die Welt ein mechanisches Gehirn, wenn sie bereits das von Van Mandapurz hat? Professor, platzte ich plötzlich heraus, warum lassen Sie mich nicht zu Denise? im Krankenhaus und sie haben mich nur ein einziges Mal in ihr Zimmer gelassen, nur ein einziges Mal und da ist sie sofort in einen hysterischen Anfall verfallen, warum nur ist sie ich schluckte, sie erholt sich gut Dixon, warum kann ich sie dann nicht sehen? Nun, sagte Van Mandapurz gelassen, es ist so, siehst du, als du dort in das Labor gestürmt bist, hast du den Fehler gemacht, dein Gesicht vor den Lauf zu schieben. Sie sah deine Gesichtszüge inmitten all der Schrecken, die sie herauf beschworen hatte, verstehst du? Von daran war dein Gesicht in ihrem Kopf mit dem ganzen Höllen Gebräu im Spiegel verbunden. Sie kann dich nicht einmal mehr ansehen, ohne all das wiederzusehen. Großer Gott, keuchte ich, aber sie wird darüber diesen Teil vergessen. Der junge Psychiater, der sie betreute, übrigens ein kluger Kopf mit einigen meiner eigenen Ideen, glaubt, dass sie in ein paar Monaten darüber hinweg sein wird. Aber ich persönlich, Dixon, glaube nicht, dass sie den Anblick deines Gesichts jemals genießen wird, obwohl ich selbst schon hässlichere Gesichter gesehen habe. Das habe ich ignoriert. Oh Gott, stöhnte ich auf. Was für ein Durcheinander. Ich erhob mich, um aufzubrechen. Und dann, dann wusste ich, was Inspiration bedeutet. Hören Sie, sagte ich und drehte mich zurück. Hören Sie, Professor, warum können Sie sie nicht hierher zurückholen und sie das ideale Schöne visualisieren lassen und dann werde ich mein Gesicht da hineinstecken. Der Enthusiasmus wuchs. Es kann nicht schief gehen, rief ich. Schlimmstenfalls wird es die andere Erinnerung auslöschen. Das ist wunderbar. Aber wie immer, sagte Van Mandapotz ein bisschen spät. Zu spät? Warum? Sie können Ihren Idealisator wieder aufstellen. Das würden Sie doch tun, oder? Van Mandapotz, bemerkte er, ist die Seele der Großzügigkeit. Ich würde es gerne tun. Aber es ist ein bisschen spät, Dixon. Sie hat nämlich heute Mittag den klugen jungen Psychiater geheiratet. Nun, ich bin heute Abend mit Tipps Alva verabredet und ich werde zu spät kommen, so spät wie ich will. Und dann werde ich den ganzen Abend nichts anderes tun, als auf ihre Lippen zu stachen. Das Ideal von Stanley Chee Weinbaum Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Dieses Video wird unterstützt von Aquarius Girl BND SCH Michael Simnacher Ulf Hickmann Savas 420 Groovy Cat Christian Santa Vielen Dank Housing Hoover Hey Hann Moj gend Auf Berlin Johannes Hann Ba cope